Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Fans von Wetten, dasselbe. Können sich freuen. Am 19. November feierte die Show sein zweites Comeback und wieder schalteten zahlreiche Leute ein. Die Kultshow mit Thomas Gottschalk, 72, lockte 10, 9 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor den Bildschirm. Mit 39,5 Prozent Marktanteil ist die ZDF-Sendung der Sieger des Abends gewesen. Und weil es so schön war, steht bereits ein neuer Termin für die Kultshow. Das berichtet nun zumindest Bild. Angeblich soll Thomas am 25. November 2023 in Offenburg wieder durch die Show führen. Ich glaube, gemeinsam mit über 10 Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der Jungen-Zielgruppe, weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht, soll der Moderator. Das ist die Belle-Icon und Like our Video und Share mit your Freund und Familie. Vielen Dank für die Zuschauen, danke.